Ich bin Orlando Bär, Trainer der 2. Mannschaft, der 2. Stärkenklasse, gleichzeitig auch im Organisationskomitee von einem langjährigen Basketballcamp. Ich habe gesagt, 45 Jahre gibt es dieses Basketballcamp. Wir legen extrem viel Wert bei uns im Camp of Basics auf Grundlagetrain, dass die Spieler im 1 gegen 1 besser waren. Ich bin Orlando Bär, Trainer der 3. Du bist immer einfach in die Feuer, liege auf. Untertitelung. BR 2018